Alle, die auch letzter dabei waren oder schon in den vorigen Trainingslagern, haben uns überlegt und in Facebook kurz geschlossen, dass ein kleiner Frankfurter bzw. hessisches Frühstück machen. Und ja, das hat wunderbar geklappt. Wie gesagt, jeder hat was mitgebracht und haben ein schönes Fest organisiert. Ja, wir kommen ja alle aus Hessen, aus den verschiedensten Regionen. Also der Ernst hat sich um den Handgees gekümmert. Ich habe mich breit erklärt für den Äppler. Dann haben wir jemanden aus Nordhessen, der hat die Aalwurst mitgebracht und aus Langesellwoll kommt da die Hausmacherwurst. Dann haben wir noch Apfelschnaps und Mispelchen, wie sich das gehört. Ja, es ist unser zweites Tag hier. Es geht gut. Wir arbeiten hart. Und wir haben unsere erste Session heute Morgen. Der Pistuch ist gut. Das Wetter ist ein bisschen besser als in den USA. Es ist nicht zu heiß. Ich mag es hier. Es ist sehr secluded. Es ist etwas wir brauchen, um zu essen, zu essen und zu spielen. Nein. ophoball?